Crunchyroll synchronisiert neue Serien, Netflix veröffentlicht auch im Februar wieder Anime und ein beliebter Isekai-Anime erscheint endlich weiter bei uns auf Deutsch. Das alles und noch viel mehr hier in den Anime News. Denn es ist mal wieder Dienstag und ihr wisst, was das bedeutet. Wir gehen die Nachrichten der Woche durch, jeden Dienstag um 15 Uhr. Heute gibt es mal wieder einen wilden Mix aus Themen. Jeder erdenkliche Streaming-Anbieter hat sich neue Anime geschnappt und wir Anime-Fans gehen bei den Oscars leer aus. Doch bevor wir darüber reden, gilt wie immer, wenn dir das Video gefällt, dann drücke auf den Like-Button. Das hilft enorm. Und um keine Anime-News mehr zu verpassen, vergiss nicht zu abonnieren. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag gibt es um 15 Uhr ein neues Video. Legen wir aber nun los mit Netflix. Bevor wir aber zum Februar kommen, will ich kurz noch über Rekord of Ragnarok sprechen. Da gibt es jetzt die ersten 10 Folgen der neuen Staffel auf Netflix. Die letzten 5 sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert werden. Es muss zwar nicht mehr gesagt werden, aber animationstechnisch kann die Serie nicht wirklich überzeugen. Doch trotzdem schauen ihn viele Anime-Fans. Denn wer hat denn nicht Bock auf epische Kämpfe zwischen Göttern und Menschen? Schau also unbedingt rein. Auch Staffel 1 kann man logischerweise bei Netflix streamen. Nun aber auf zu den Neuzugängen im Februar. Am 1. geht's gleich los mit Detective Con The Corporate Hanazawa. Dieser Kurz-Anime soll nun endlich bei uns erscheinen. Jede Folge geht nur 9 Minuten und ist auf Comedy fokussiert. Also eher nur etwas, das die Fan-Herzen höher schlagen lässt. Die Hauptserie und die Spin-Offs mit Kaito Kid gibt's übrigens bei Crunchwool. Da kann man nun auch 50 weitere Folgen auf Deutsch schauen. Also Episode 434 bis 483. Sogar in HD-Qualität. Super, oder? Und dann auch die Zusammenfassung Detective Con Das Scharlach-Rote-Alibi. Wo sich alles um die Akai-Familie dreht. Sollte man am besten vor dem Film die Scharlach-Rote-Kugel schauen, um sein Gedächtnis wieder aufzufrischen. Horrormäßig ist dann wieder Make My Day. Und damit meine ich nicht nur die Story, so ist dies ein 3D-Anime, der schon sehr an Exception erinnert. Wer trotzdem reinschauen will, kann ihn ab dem 2. Februar streamen. Dann auch mit deutscher Synchro. Und der letzte Anime wäre dann noch Agretzko. Das Finale erscheint am 16. Februar. Ja, das war's dann erstmal. Leider gibt es diesen Monat keine Lizenzen. Also Serien, die sich Netflix einfach so schnappt und sie eben nicht selbst produziert oder finanziert. Zumindest gab es dazu noch keine Ankündigung. Was wir aber schon wissen ist, dass es mit The Seven Deadly Sins weitergeht. Aber nicht nur als 3D-Film auf Netflix. The Seven Deadly Sins – Four Nights of the Apocalypse soll ja als Serie adaptiert werden. Und nun haben wir den ersten Trailer. Fans können aufatmen. Denn er ist in 2D. Gelobt seien die Anime-Götter. Und die paar Sekunden, die man gesehen hat, sind sogar ganz gut animiert. Könnte also was werden. Dieses Jahr soll es dann losgehen. Wann genau, wissen wir noch nicht. Nun aber auf zu Crunchwool. Und da kommen besonders Synchro-Fans auf ihre Kosten. So ist einmal der Simul-Dub von Tomo-Chan is a Girl gestartet. Eines meiner Highlights aus der Season. Wo es um die männlich wirkende Tomo geht. Die aber im Herzen einfach nur nicht weiß, wie sie ihre Gefühle ausdrücken soll. Und deswegen hier und da mal zur Faust greift. Jeden Mittwoch um 21 Uhr soll es nun eine neue Folge auf Deutsch geben. Die erste ist schon draußen. Regulär erscheint eine neue Episode mit Untertiteln am gleichen Tag um 19 Uhr. Aber nicht nur diese Anime erhält ein Simul-Dub. Auch der von The Ice Blade Source Wars Show World World hat begonnen. Wer extrem starke Protagonisten an einer Magierschule mag, sollte reinschauen. Besonders wenn man Bock auf eine Serie hat, die sich selber nicht hundertprozentig ernst nimmt. Jeden Donnerstag um 22 Uhr soll es eine neue Folge mit Deutscher Synchro geben. Zwei Stunden vorher gibt es dann schon eine mit Untertiteln. Auch der Simul-Dub von Don't Toy With Me Miss Nagatoro Second Attack ist gestartet. Diese überdrehte Rom-Com erhält ja gerade ihre zweite Staffel. Von nun an kann man nicht nur die erste, sondern auch die zweite mit deutscher Synchro bei dem Anbieter genießen. Jeden Samstag um 23 Uhr gibt es eine neue Folge auf Deutsch. Vier Stunden früher um 19 Uhr kann man die neueste Episode mit Untertiteln sehen. Handelt von der Schülerin Nagatoro, die ihren älteren Senpai regelmäßig neckt. Und der es nicht mehr schafft, sich auf Zeichnen zu konzentrieren. Außerdem kann man nun bei dem Anbieter auch die ersten sechs Folgen von Monster Girl Doctor auf Deutsch schauen. Da im Februar ja Vol. 1 auf Disc erscheinen soll. Außerdem gibt es die Filmfassung von Kaku Shigoto nun bei dem Anbieter. Ist ein Zusammenschnitt der Serie mit ein paar Bonus-Szenen. Außerdem können Fans von The Misfit of Demon King Academy endlich aufatmen. So hat sich der Anbieter die erste Staffel gesichert, aber nur mit deutschen Untertiteln. Die konnte man ja lange nur bei wackern im Stream, was echt ziemlich nervig war. Obwohl eben Staffel 2 bei Crunchwool schon längst angelaufen ist. Wer also die Serie nachholen will, kann es nun komplett bei Crunchwool machen. Aber natürlich läuft Staffel 2 aktuell noch. Jeden Samstag gibt es um 19 Uhr neue Folgen. Leider haben wir aber auch wieder schlechte Nachrichten. So wird die nächste Serie verschoben. Diesmal hat es Kubo Won't Let Me Be Invisible getroffen. Eine schöne Rom-Com zum Entspannen. Fühlt sich an wie eine heiße Schokolade in einer warmen Decke. Aber nach der sechsten Folge ist erstmal Schluss. Doch nicht nur für ein paar Wochen, sondern man startet im April neu. Dies bedeutet, dass man wohl drei Monate auf neue Episoden warten muss. Natürlich bekommen wir von dem Neustart nichts mit. Wir schauen den ja nicht im Fernsehen. Warten müssen wir aber trotzdem. Leider geht die Serie ziemlich unter, da sie nur bei High Dive läuft. Du hast aber nun genug Zeit, um sie nachzuholen. Grund soll wieder der Varus sein. Außerdem hat uns dann noch Prime überrascht und sich ein paar Anime geschnappt. Einmal wäre da The Devil is a Part-Timer. Wo der Dämonen-Lord in unsere Welt kommt und dort als Burger-Bruzzler arbeiten muss. Wer also diese lustige Isekai-Serie noch nicht gesehen hat, sollte ihn sie jetzt auf jeden Fall mal gönnen. Staffel 2 gibt es aber leider nur bei Anivers. Ziemlich entspannend ist dann Natsumeju Inshio The Movie Ephemeral Bond. Dieser ist eigentlich Teil einer langen Anime-Serie. Aber die wird es wohl nie zu uns schaffen. Sollte aber auch einigermaßen einsteigerfreundlich sein. Wenigstens gibt es jedoch den Manga bei uns. Doch den fand ich ehrlich gesagt etwas langweilig. Ich bin sogar fast dabei eingeschlafen. Dann nochmal richtig actionreich wird es in CopCraft. Ist ja so ein halber Isekai-Geheimtipp von mir. Wo sich ein Detektiv mit einer Ritterin aus einer anderen Welt zusammentut. Um eine Entführung aufzudecken. Doch schnell stoßen sie auf eine Verschwörung, die die ganze Welt bedroht. Leider kann man alle Anime wieder nur mit deutscher Synchro-Stream. Der japanische Originalton mit Untertiteln wird nicht angeboten. Schade. Dann hat Prime noch Loop in the Third vs. ein Super-Trio Cat's Eye veröffentlicht. Bei diesem Film treffen die beiden genannten Diebesgruppen aufeinander. Ist leider komplett in 3D. Aber dafür gibt es viele starke Frauen. Natürlich ist das Ganze besonders für Fans der beiden Reihen zu empfehlen. Das Super-Trio hat sogar die originalen deutschen Synchronsprecherinnen. Wir haben den Film auch zusammen auf Twitch geschaut. War auf jeden Fall ganz lustig. Schau also mal rein. Auch Aniverse gönnt uns ein paar neue Serien. Los geht's am 2. Februar mit Interspecies Reviewers. Diese Edgy-Serie ist ja ziemlich krass gewesen. Weswegen selbst in Japan sie manche Fernsehsender abgebrochen haben. Auch Funimation in Amerika zog die Reißleine. Wakanim hat es aber bei uns durchgezogen. Respekt nochmal dafür. Auch wenn der Anbieter wohl bald Geschichte ist. Die Serie ist aber auch ziemlich lustig. Sieben Tage später wird uns dann Dermatical Murder präsentiert. Ein Action-Anime mit ein paar Typen, die aussehen, als kämen sie gerade aus einem Idol-Anime. Diese Serie ist schon seit langem auf Crunchyroll streambar. Doch vor graumer Zeit hat sich auch Anime House die Rechte geschnappt. Nun wollen sie die Serie als Gesamtbox am 20. Mai rausbringen. Habe ich ehrlich gesagt nichts von mitbekommen. Da er auch nicht so dolle bewertet ist, würde ich unbedingt Probe schauen. Also entweder mit Untertiteln bei Crunchyroll oder eben mit Synchro auf Universe. Also das ist schon ziemlich krass, dass die Serie drei Monate vor der Veröffentlichung mit Synchro streambar ist. Liegt vielleicht an der Papierknappheit, mit der auch viele Manga-Verlage zu kämpfen haben. Traurig wird es dann in Planetarium Storyteller of the Stars. Dieses sentimentale Drama kam schon 2016 in Japan raus. Leider hat es der Film aber nie zu uns geschafft. Doch KSM hat das im letzten Jahr geändert. Schön, dass man ihn nun bald auch streamen kann. Und zwar ab dem 16.02. In eine andere Welt geht es dann wieder mit. Ari Fureta vom Commonplace The World's Strongest. Dieser Isekai-Anime hat ja vor kurzem eine zweite Staffel erhalten. Und nun soll die Synchro-Fassung auch bei Universe verfügbar sein. Wer also darauf gewartet hat, kann sie ab dem 18.02. dort schauen. Und zum Schluss haben wir noch Hunter x Hunter Phantom Rogue. Dieser Film fokussiert sich auf Grappika und Gon, wie sie gegen einen gewissen Spinnen-Clan kämpfen. Die Filme zu dem Anime-Klassiker kamen leider nicht so gut an. Aber für Fans sicherlich trotzdem zu empfehlen. Er erscheint am 23.02. Und nicht vergessen, man kann die komplette Hunter x Hunter Serie bei Universe streamen. Also die 2011er Version. Nur dort ist das möglich. Auch den Film Last Mission gibt es bei ihnen. Ein bisschen enttäuscht waren wir Anime-Fans dann bei den Oscars. So wurde kein Anime-Film für den besten Animationsfilm nominiert. Es gab zwar drei Vorschläge, also Drifting Home, der bei Netflix lief. Goodbye, Don Glees hat es sogar zu uns in die Kinos geschafft. Aber auch Ino-Oh. Ich muss jedoch auch ehrlich sagen, die Konkurrenz ist ziemlich stark. Allein schon Guillermo del Toro's Pinocchio ist einfach wunderschön. Habe ich vor kurzem auf Netflix gesehen. Gönnt euch den auf jeden Fall mal. Bevor wir aber zum Highlight kommen, hier die Breaking News. Zwei Jojo-Anime werden von Netflix entfernt. Nämlich Phantom Blood Battle Tendency und Stardust Crusaders. Bis zum 28. Februar kannst du sie noch streamen. Danach noch bei Crunchwool. Staffel 2 von How Not Us Man Edim Lord soll am 21. April bei uns auf Disco erscheinen. Die erste Staffel von Die Melakolie der Harui Susumiya erhält eine Blu-Ray-Gesamtausgabe. Soll am 21. April rauskommen. Außerdem geht's mit Attack on Titan Final Season weiter. Part 2 schafft es ab dem 24. März in die Regale. Animoon sichert sich zwei Anime. Einmal die Isekai-Serie My Isekai Life soll im Juli 2023 erscheinen. Gibt es im Stream bei Highdive. Genauso wie Staffel 2 von Peter Grill. Die startet im August 2023. Dann veröffentlicht Crunchwool Trapped in a Dating Sim. Erhält im Sommer ein Disco-Lease. Und den Film One Piece Wet. Kommt im Frühjahr auf Disc. Außerdem soll die One Piece Live-Action-Serie dieses Jahr auf Netflix erscheinen. Zu guter Letzt geht die Woman-Serie Tony Carver im April weiter. Mit Staffel 2. Isekai-Fans nun aber aufgepasst. So geht es mit einer der beliebtesten Isekai-Anime endlich weiter. Natürlich rede ich von Overlord. Diese Serie erhält nun schon ihre vierte Staffel. Und sie soll bei uns am 27. Juli erscheinen. Die Limited Edition kann man aber nur exklusiv bei Anime Planet kaufen. Sie ist auf 3000 Blu-Rays und 500 DVDs limitiert. Nach Produktionen sind ausgeschlossen. Man kann sie schon jetzt vorbestellen. Also schlag schnell zu. Interessant sind auch die Verhältnisse. So werden sechsmal so viele Blu-Ray-Editionen angeboten. Da merkt man, wie stark die DVD an Marktanteil verloren hat. Wird also mal Zeit aufzurüsten. Außerdem bringt KSM den Overlord-Regisseur Naoyuki Ito und die Opening-Sängerin Mayu Maeshima auf die Animagic. Dort wird sie natürlich auch einen Live-Auftritt haben. Aber die beiden vergeben auch beim KSM-Stand Autogramme. Streamen kann man die Serie auf Aniverse. Für die besten Anime auf Crunchwool, klicke auf das Video oben rechts. Und wenn du wissen willst, welche Serien und Filme alles auf Disco erscheinen, gehe zum Video oben links. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Über welche Anime-News hast du dich gefreut? Schreib es doch gerne in die Kommentare. Drücke auf den Gefällt-Button und vergiss nicht zu abonnieren. Man sieht sie im nächsten Video. Bis dann!